Wo die noch verbrennt in ein. Ach man, gönnt mir auch nix. Okay, oben lang. Ohne Momento. Wow. Unten war richtig. Unten. Und jetzt bestimmt oben, oder? Komm, du musst ausprobieren. Nein. Okay, es gibt vier Wege. Achso, meinst du das? Auch nicht. Moment. So. Oder vielleicht doch hier unten? Okay. Dann ist es das hier. Schon praktisch. Ja, hä? Gui ist zwar sonst so nicht zu gebrochen, aber dazu ist er nützlich. Wow. Ja, der hat hier Pommie-Charakter. Ja, irgendwie schon, ne? Pommie-Rulf. Ja, wie auch immer. Ja, Pommie finde ich an sich auch cool, aber... Nein, das war mein Ernst. Pommie ist im Bosskämpfen einfach zu nutzlos. Okay. Sag du was nicht. Merk dir, dass wie das jetzt aussieht. Ein Spongebob. Äh, das sollst du dir nicht merken. Okay. Hast du dir gemerkt? Gut. Ja, wir waren ja hier in einem Curbyspiel. In einem Curbyspiel wird nicht getötet. Hier wird nur gemordet. Ah! Gewürzt, geforscht. Nein! Doch. Nein! Nochmal. Wir wissen ja, wie das Ding aussieht. Ja, wie ein Spongebob halt. Die Attacke der Seifenblasen. So. Perfekt. Die erste Seite haben wir schon. Ich lass dich mal machen. Jo. Mit dem B-Sie würde das, glaube ich, sowieso nicht gut kommen. So. Okay. Yay! Geschafft! Und es laggt. Yay! Und zwar derbe. Hör auf zu laggen. Ich glaube, das war die Strafe dafür, dass wir es geschafft haben. Ja, auf Anhieb und so. Ja. Halt dich zurück, sonst stirbst du noch unnötigerweise. Okay. Dann musst du halt die Opfer hier bringen. Yay! Baa! Oh, cool. Yoshi-Eier. Oh, fack Yoshi-Eier. Yay! Wie geil ist das denn? Das nenne ich meine coole Fähigkeit. Gib mir die Hubschrauber-Fähigkeit. Die gibt's nicht. Verdammt. Aber da gibt mir die Fähigkeit nicht in ein Yoshi-Eier zu ver... Fhhhh... Fhhhh... F*** Wahnsinn. Buchstaben Salat. Erst denken, dann sprechen. was erst 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 was erst sammeln dann sprechen ach so ach erst sterben und dann sagt mir das doch einer ja ich habe ich ja nicht tut mir leid ja wie auch immer werde ich jetzt so belegt weil ich ein wildschwein gefressen hat nein nicht wirklich auch wenn es gerne hättest wenn ich jetzt zu einem hubschrauber weil ich einen hubschrauber gekämpft nein wir sind zu einer kokos ist nein mann du bist immer im weg ja es ist fröhlich und jetzt kommt glaube ich mein hassen ja es ist richtig ich glaube es kann mein bus hassen aus diesem spiel oh ja nein dreck egal danke für die maxi tomate maxi tomate besorgt yo akko dieser dumme akko wahl let's party ich würde mich nicht mit den anlegen hallo vor wie dick die wille verdammt falsche richtung an sich ist ja leicht aber gleich kommt der unterwasserpart der ist beschissen komm her wow ich hasse diese war ich weiß nicht wieso ich überlege gerade gab es nicht in körbys64 ich mich ja gar nichts machen ich freue mich gerade ob es nicht in körbys64 auch gab ich meine das war auch irgendwie so oder irre ich mich da jetzt und jetzt musste pusten aber keine anker das bringt nix ah dummer achtung steine oh gott jay ah fischer baby wahl kriege ich die wahlfähigkeit dadurch nee du kannst du nur weg pusten genauso wie die totenköpfe da kommt der totenkopf angeflogen ja ach mensch ich hasse es unter wasser zu zielen danke dass du so ein tolles schutzschild bist wow ich brauch dich ja und wie ich die essen kann wieso kannst du die essen und dich nicht ja und wer ist das weil ich cool bin und kann alles essen schiebung das zählt nicht ich verlange äh fressrechte für kirby unter wasser nein die kriegst du nicht die hat nur gui ich glaube ich muss dich gleich wieder verspeisen ja toll mach doch wenn du so lange überhaupt noch überlebt na komm mach puste perfekt ich bin der hadoken gui und wir sehen wieder so ein tolles schauspiel und nun bin ich der nun bin ich der chinesische gui wow oh mein gott nein meine augen bluten er gern epilepsie wir haben wir zwei gerettet wenn wir zwei nicht mehr zwei auf zum stern perfekt weg und level 3 ich würde mal sagen das machen wir noch okay sand canyon ey ich blege die gui ich schaff es nicht yeah champignons okay dieses level wird dich glaube ich freuen so viel sag ich schon mal nein genau du darfst die typen jetzt du darfst die typen jetzt ausnahmsweise mal zerstören aber keine pilze scheiße also bedenke vorsicht hier könnten pilze sein das ist fies ja ich flieg dann mal hier drüber und so ja feuer ich brauche feuer ouch angezeugt ich bin leicht tot so vorsicht gut gut dass wir fliegen können hu 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 so hu 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 nein oh god machen wir hier keine angst ey boah ha 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 ey komm geh runter Kirby ok perfekt ich wollte gerade sagen kann ich es zu dick machen mach du da oben die Türme platte ich habe zu wenig energie jo wunderbar perfekt ja mal wieder ok äh was ist das das frage ich mich auch schon die ganze Zeit ich glaube das soll so ein hoppelhäschen sein ähm kann ich ihm weh tun darf ich es essen es ist weg och man scheiße naja was soll es Hunger Rick kann ich den Hamster essen nein hier da hast du den Vogel den du doch immer so schon die ganze Zeit essen wolltest jetzt hast du die Gelegenheit dazu schmeckt's der will aber nicht gefressen werden guck doch wie der macht naja dann rufst halt die Federn ab ist doch auch gut wow nein 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 kann ich die Kanone fressen nein die erschießt dich also pass auf ue wow ok doof doofe Kanone warum das haben Kanonen so an sich wusstest du das nur nicht nein das darf die nicht ouch das ist illegal ouch ouch was ist jetzt cool mein Antivirus gerade angegangen und ich bin tot ab 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 ab